Wunder gibt es immer wieder, auch im deutschen Fußball, denn da hat am vergangenen Wochenende die Eintracht aus Frankfurt den deutschen Meister FC Bayern im DFB-Pokalfinale besiegt. Und aus tiefstem Herzen möchte ich damit nochmal allen Eintracht-Fans einen Glückwunsch ausdrücken. Aber apropos Wunder, auch diese Woche erwartet euch wieder eine wundervolle Sendung von Momentum. Zunächst möchte ich mich aber mal bei allen euch da draußen für das zahlreiche Feedback, was ihr uns gegeben habt, bedanken und uns auch bemühen, das umzusetzen. Diese Woche gibt es zum Beispiel für alle, die sich mehr Taktikeinblicke in FIFA 18 gewünscht haben, zum ersten Mal das Trainingslager, wo wir euch ein paar schlaue Spielzüge erklären. Los geht's nun aber erstmal mit den News. In drei Wochen beginnt die Fußball-WM in Russland. Schon nächste Woche beginnt aber die Fußball-WM in FIFA 18. Am 29. Mai erscheint nämlich das kostenlose WM-Update und bringt etliche neue Stadien und haufenweise neue Ultimate-Team-Karten mit allen Nationalmannschaften. Langsam aber sicher wird dabei auch deutlich, dass Deutschland wohl keine guten Chancen auf eine WM-Titelverteidigung hat. Denn viele deutsche Nationalspieler haben auf ihren neuen Karten keine besonders guten Ratings. Z.B. Ilkay Gündogan, Jerome Boateng oder Jonathan Tah. Die haben auf ihren neuen Karten sogar schlechtere Ratings als auf ihren Standard-Foot-Karten. Zwar können die während dem Turnier sich noch verbessern und entsprechend ihren aktuellen Leistungen geupdatet werden. Zumindest laut EA hat Deutschland bei der WM aber schon mal schlechte Karten. Der deutsche E-Sportler Michael Bittner vom VfL Bochum hat am vergangenen Wochenende eine fantastische Leistung geliefert, indem er 40 Weekend-League-Partien innerhalb von 5 Stunden gewonnen hat. Wie ist das mathematisch möglich, wenn eine Partie eigentlich 20 Minuten dauert? Ich habe den Taschenrechner gezückt und ausgerechnet, dass 20-minütige Partien, a 40 Stück, eigentlich 13 Stunden erfordern würden. Wie hat er das also in 5 Stunden geschafft? Ganz einfach, er war so gut, dass 34 von seinen 40 Gegnern frühzeitig aufgegeben und einfach geragequiddelt haben. So einfach kann es manchmal gehen. Und nun geht es weiter mit unserem Trainingslager, darin erklärt euch unser FIFA-Experte Tom Philipp Zenker, wie man schon mit dem Torwart-Abschlag den perfekten Konter einleiten kann. Den Gegner schnell auszuspielen oder auszukontern, das ist bei FIFA 18 extrem beliebt und ganz einfach möglich. Und zwar nicht nur mit einem passenden Lauf- oder Steilpass, sondern mit der flachen Flanke. Wie wird diese nochmal gespielt? Ihr drückt auf der Playstation R1 plus Viereck oder alternativ 2x Viereck. Bestimmt also erst die Stärke und dann sagt ihr mit dem zweiten Drücken, dass die Flanke flach geschlagen wird. Auf der Xbox drückt ihr entsprechend R, B und X oder 2x für die flache Flanke. Was ist das Besondere? Mit der flachen Flanke könnt ihr das Tempo direkt mit dem Torabschlag anziehen und euren Gegner überlaufen. Das heißt, euer Konter beginnt beim eigenen Torwart, der das gegnerische Mittelfeld durch ein präzises und wuchtiges Zuspiel überbrückt und schon habt ihr entweder niemanden oder nur noch einzelne Verteidiger vor euch. Was solltet ihr idealerweise besitzen? Einen Keeper mit einem guten Abstoßwert. Ich kann euch sagen, dass beispielsweise ein TSD einen Klassewert besitzt. Für einen Konter benötigt ihr logischerweise schnelle Offensivkräfte, aber davon gibt es bei FIFA 18 genügend und ihr könnt auch noch durch die individuellen Spieleanweisungen den Effekt verstärken, indem ihr vorn bleiben, außen bleiben und ab für überlaufen eintragt, wenn ihr schnell über die Außenbahnen kontern möchtet. Und schon seid ihr startklar, egal ob aus der Hand oder mit dem Ball am Fuß, euer Keeper kann mit einer flachen Flanke die zukünftigen Konter ideal einleiten. Wie jede Woche gibt es auch diesmal wieder ein neues Team of the Week und das THW 36 seht ihr einmal komplett eingeblendet. Leider hat es diese Woche keinen Spieler mit einem Informwert von 90 ins THW geschafft, dafür kommt Franco Vazquez vom FC Sevilla aber immerhin auf einen stolzen Wert von 87. Zwar stand der Italiener schon zuvor einmal im THW 25 und hat auch schon eine orangene Man of the Match-Karte in seinem Portfolio, bislang war sein Höchstwert aber 86 und damit erhält er diese Woche eine neue Top-Karte. Außerdem dabei ist diese Woche auch ein emotionales Highlight, nämlich Fernando Torres. Der trennt sich 17 Jahre nach seinem Debüt bei Atletico Madrid nämlich endgültig von seinem Verein und zu seinem Abschied erlangt er diese Saison seine erste THW-Karte und gleich ein stolzes Upgrade auf einen Wert von 84. Das größte Werte-Upgrade erhält diese Woche aber Dominik Frieser vom österreichischen Wolfsberger AC. Normalerweise kommt Frieser nämlich lediglich auf einen bescheidenen Wert von 58 auf seiner Bronze-Karte. Auf seiner ersten THW-Karte schafft er es aber gleich, sich um 10 Punkte zu verbessern auf eine Silberkarte mit einem Wert von 68. Und das war's auch fast schon wieder für diese Woche. Schreibt uns gerne erneut euer Feedback in den Kommentarbereich und zum Abschluss gibt es nun noch einmal ein Elfmeter-Gesicht, darin zeigen wir euch einen Spieler aus dem Spiel FIFA 2001, in dem euch drei Tipps anhand derer ihr ihn hoffentlich frühzeitig erkennen könnt. Und zum Abschied denkt immer an die weisen Worte von Matthias Sammer, das nächste Spiel ist immer das nächste. то also Hneiden Nach Untertitelung des ZDF, 2020